Polizei Notenhof, wie kann ich Ihnen helfen? In unserem Ofen da. Oh Gott, irgendetwas ist da verbrannt. Wo finden Sie sich? In der Bäckerei Kahn. Nach Hauptstraße 112. Ich arbeite dort. Was ist in Ihrem Ofen verbrannt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da liegt ein Mensch drin. Morgen. Na, Kollegen, Morgen. Wie sieht es denn hier aus? Riesensauerei. Ja, sehe ich auch so. Und drin? Genauso. Erzähl. Wir haben drinnen in der Backstube die verkohlte Leiche. Und drinnen sitzt die Angestellte, die die Leiche gefunden hat. Wisst ihr denn schon, um wen es sich handelt bei dem Opfer? Ich kann doch nicht mal sagen, ob es Mann oder Frau ist. Prost, Mahlzeit. Hier, für den zweiten Hungarkollege. Zeig mal. Ich gehe voraus. Ja, hier. Das ist die Angestellte. Die Kerstin Lenker. Wir sind von der Kriminalpolizei. Wir melden uns gleich bei Ihnen. Bitte warnen Sie hier. Ja, da einmal der Nase nach. Immer geradeaus. Ich riech's schon. Danke. Ciao. Morgen. 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 Morgen, Harald. Grüß dich. Morgen. Das ist meine Kollegin Alex. Ich glaube, ihr kennt euch noch gar nicht, oder? Wir haben schon mal telefoniert. Achso, stimmt. Freue mich, Sie mal persönlich kennenzulernen. Sie haben doch damals diesen Perchlorat-Mörder überführt, oder? Ja, genau. Wahnsinn. Das war ein Ding. Harald, hast du was zum aktuellen Fall für uns? Also, ehrlich gesagt, ist die Spurenlage hier sehr, sehr übersichtlich. Wir haben zwar ein paar Fingerabdrücke gefunden, aber ansonsten keine Blutspuren, keine Kampfspuren, nichts. Und es gibt überhaupt keine Hinweise auf die Identität des Opfers? Naja, also das Handy hier haben wir gefunden. Aber das ist natürlich völlig verkohlt jetzt. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist es auch noch ein bisschen früh für weitere Hinweise. Weißt du, ob die Kollegen Einbruchsspuren gefunden haben? Nee, nicht, dass ich wüsste. Nichts dergleichen. Dann reden wir erst mal mit der Angestellten, die die Leiche gefunden hat. Ja, du, die riecht's auch übel hier. Wischweter. Geht's wieder? Ja, na klar. Das ist ja, ihr erzählt's auch keinem Kollege. Meinen Sie, Sie können uns ein paar Fragen beantworten? Gut, dann schildern Sie doch bitte mal, wie Sie die Leiche gefunden haben. Als ich heute Morgen zur Arbeit kam, war die Tür geöffnet. Das Licht war aber aus und ich dachte einfach, mein Chef wäre schon vor mir hier gewesen. Wie heißt ihr Chef? Kilian Kahn. Zählst du ruhig weiter. Ich bin dann in die Backstube und hab sofort gemerkt, dass es verbrannt riecht. Hab dann das Licht angemacht, um zu schauen, was in dem Ofen... Sie dachten ja, dass Ihr Chef schon hier ist. Kommt der morgens immer so früh? Er kommt meistens kurz nach mir. Habt ihr denn schon verständigt, den Chef hier? Die Kollegen waren vor Ort, aber am Sturm geklingelt, da war leider niemanden angetroffen. Die Rolläten waren heruntergelassen. Vielleicht sind sie verreist. Nein, nein, das kann nicht sein. Lena und Julia müssten eigentlich zu Hause sein. Lena und Julia sind wer? Mein Chef hat vor etwa eineinhalb Jahren geheiratet. Seine Frau Julia und seine Tochter Lena wohnen bei ihm. Ist ja merkwürdig. Dann fahren wir mal zur Meldeadresse und gucken, ob alles okay ist. Ja, und du tust mir bitte Gefallen und fährst die Zeuge nach Hause. Ein bisschen frische Luft tut ja auch ganz gut. Vielen Dank erstmal. Na ja. Ja, hier sind wir richtig kamen. Oh, immer noch alles runter. Oh, hallo. Schrecken Sie nicht. Kriminalpolizei. Mein Name ist Naseban, meine Kollegin Frau Rietz. Sie sind Frau Kahn? Ja, Kripo. Wieso? Ist was passiert? Es gab einen Vorfall in der Bäckerei Ihres Mannes. Ist er da? Nein, der ist um die Zeit immer schon im Laden. Ist was mit Kejan? Können wir vielleicht reinkommen? Ja, natürlich. Kommen Sie bitte rein. Wann hat Ihr Mann denn heute Morgen das Haus verlassen? Ich denke, das war um vier Uhr dreißig. Warum denken Sie das nur? Ach so, ich schlafe immer mit Ohrstöpsel, damit mein Mann mich morgens nicht weckt. Deshalb haben Sie wahrscheinlich das Klingeln unserer Kollegen vom Streifendienst nicht gehört. Oh, das habe ich wirklich nicht. Aber was ist denn jetzt los? Können Sie uns vielleicht erstmal sagen, wann Sie Ihren Mann das letzte Mal gesehen oder gesprochen haben? Gestern Abend, so um zwanzig Uhr dreißig, haben wir telefoniert. Er hat gesagt, er müsse noch Abrechnungen machen und dass er erst spät nach Hause kommt. Ja, auf jeden Fall, so um 22.30 Uhr war ich im Bett und da war er noch nicht da. Ist das Ihr Mann? Ja. Und rechts Ihre Tochter? Ja. Ist die auch da? Nein, Lena hat bei einer Freundin übernachtet. Entschuldigen Sie, ich möchte jetzt wirklich gerne wissen, was passiert ist. Wurde in der Bäckerei eingebrochen, oder? Nein, es wurde nicht eingebrochen. Wir haben in der Backstube heute Morgen eine Leiche gefunden. Der war es. Aber Moment, das ist jetzt aber nicht mein... Wir stehen noch ganz am Anfang unserer Ermittlungen und die Identität des Opfers ist noch gar nicht geklärt. Was ich Ihnen schon sagen kann ist, eine Angestellte hat den Leichnam völlig verkohlt im Backofen gefunden. Aber wie gesagt, wir wissen überhaupt noch nicht, um wen es sich dabei handelt. Dennoch wäre es ganz gut, wenn wir eine Zahnbürste ihres Mannes mitnehmen können, um eine DNA-Analyse zu erstellen. Und wir bräuchten auch den Zahnarzt, zu dem er geht, ja, falls wir einen Zahnstatus feststellen müssen. Ja, gut. Also, laut Aussage der Frau des Bäckers hat er um 20.30 Uhr letztmalig mit ihr telefoniert. Ja, und heute Morgen hat sie ihn nicht mehr angetroffen. Guck mal, das Bewegungsprofil ist mittlerweile auch da. Und zwar war er das letzte Mal in der Innenstadt eingeloggt. Und zwar ziemlich genau bei der Bäckerei. Das Telefonat um 20.30 Uhr war auch das letzte, das der Bäcker geführt hat. Na, gegen 0 Uhr war das Handy ausgeschaltet. Also, laut Bericht wissen wir doch, dass es keine Einbruchsspuren gab. Also, können wir doch mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Kean Khan der Tote ist. Da gebe ich dir absolut recht, Philipp. Nur eine Sache dürfen wir nicht außer Acht lassen. Möglicherweise ist er selbst der Täter und auf der Flucht. Alter, wie sehr kann man eigentlich jemanden hassen, dass man den verbrennt? Ich frage mich vielmehr, wie kriege ich überhaupt jemanden in so einen Ofen rein? Nein. Ich würde mich doch wehren. Na ja, Alex, also das hat bei Hänsel und Gretel und der bösen Hexe auch geklappt, oder? Hi, Leute. Ich habe Infos vom Zahnarzt. Und zwar haben wir doch den Zahnstatus abgleichen lassen. Unser verkohlener Mann ist auf jeden Fall Kilian Khan. Was sage ich? Hier. Danke. Also wird aus Vermisst Opfer. Ja, und ich habe den Khan auch nochmal durchs System gejagt. Und habe ihn tatsächlich einmal gefunden. Allerdings als Geschädigten von der KV, da hat ihm ein Abdi Akai mal eine verpasst und hat dafür tatsächlich sechs Monate auf Bewährung gefangen. Das ist ein Ex-Angestellter von ihm wohl. Ich habe ja noch ein Bild. Sag mal. Kannst du vielleicht mal dazuhängen. Abdi Akai. Ja. Er hat es ihm vorher schon Drohnachrichten geschickt. Er hat es schon angekündigt, dass er ihn irgendwann mal fertig macht. Okay, Leute. Dann machen wir das so. Ihr beide fahrt jetzt erstmal zur Frau des Opfers und überbringt die traurige Nachricht. Michi, dann versuchen wir mal mit diesem Akai zu sprechen. Ja. Erste Bäckerei, dann Gemüseladen. Warum kriegen wir nicht einfach mal einen Einsatz in der Brauerei? Ja, und dann am besten kurz vor Feierabend und direkt dableiben. Ja. Wird eh Zeit, dass wir mit den neuen Kollegen mal ein Bier trinken gehen. Gucken, ob der Philipp überhaupt trinkfest ist. Ich könnte mir ja vorstellen, dass die Danni den unter den Tisch bringt. Wir schauen mal. Ah. Das ist er doch, oder? Ja, das ist er. Guten Morgen, Kriminalpolizei. Mein Name ist Naseband, meine Kollegin Frau Rietz. Herr Akai? Ich sehe das gleich am Morgen in der Früh. Wenn Sie den Storzettel verteilen wollen, hier steht der Wagen. Na, kurz hier läuft. Hey, Moment mal, was ist denn los hier? Ganz ruhig, ja? Hier tut Ihnen keiner was. Du bleib ruhig, was machst du denn? Was wollt ihr denn eigentlich? Es geht um Ihren ehemaligen Arbeitgeber, Herrn Kahn. Er ist tot. Jemand hat ihn in seiner Backstube verbrannt. Man kann mit Pizzell mischen. Der Bastard ist also tot. Es geschieht ihm recht. Jeder, so wie er es verdient, oder? Was meinen Sie damit? Er hat immer Probleme mit diesem Arschloch. Ständig diese Beleidigungen. Als Kanacke. Er war ein Rassist. Und außerdem hat er behauptet, ich habe bei ihm im Laden geklaut, was nicht gestimmt hat. Und dann hat er mich gekündigt. Ach ja? Und deswegen haben Sie zugeschlagen? Er hat geheult wie eine Hure. Und dann hat er mich noch angezeigt. Ja, und? Ist ja auch richtig so. Man kann ja auch nicht jedem aufs Maul hauen, da einer auf den Sack geht, oder? Wo waren Sie gestern Abend? Ab 20.30 Uhr bis 5 Uhr. Zu Hause auf meiner Couch vom Fernseher. Und dann bin ich ins Bett ganz alleine. Soll ich erzählen, was ich da auch noch gemacht habe? Nein, das ist nicht nötig. Uns würde es schon reichen, wenn wir Ihre Fingerabdrücke kriegen. Dafür habe ich keine Zeit. Ich muss los in die Großmachthalde. Schließlich arbeite ich für meinen Bruder. Wir brauchen Ihre Fingerabdrücke. Verstanden? Sorry, wie mein Vater. Aber der wird sowas nie machen. Der ist immer laut und so. Ja, das stimmt. Aber der ist total harmlos. Vertrauen Sie mir. Können wir jetzt endlich mal los, oder was? Herr Akai, es ist keine Bitte. Sie können jetzt los. Aber bis morgen Mittag haben Sie sich bei uns im Büro eingefunden und geben Ihre Fingerabdrücke ab. Ansonsten lasse ich Sie abholen und festnehmen. Verstanden? Ja, ist schon klar. Wir sehen uns morgen. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Was denkst du? Na ja, Temperament hat er genug und Motiv hat er auch. Verletzte Eitelkeit, verlorener Job. Aber würde der so bei den Toten reden, wenn er es selber gewesen wäre? Ja, vielleicht ist das ja genau seine Taktik. So nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung.